Wir in der Uni Innsbruck sind eine altehrwürdige juristische Fakultät. Trotzdem haben wir nicht den Anschluss an das moderne Recht verloren. Das Studium der Rechtswissenschaften bietet dir ein breitgefächertes Angebot an beruflichen Perspektiven. Es ermöglicht dir zum einen die Ausübung klassischer juristischer Berufe wie Richterin, Anwalt oder Notarin, aber auch Tätigkeiten in anderen Berufsfeldern. Rechtsbezogene Fragen spielen in praktisch allen Bereichen des täglichen Lebens oder der Arbeitswelt eine wichtige Rolle, egal ob es darum geht, einen Vertrag abzuschließen oder ein Arbeitsverhältnis zu begründen. Im Laufe des Studiums erlernst du unter anderem den Umgang mit dem Gesetzestext, wichtige Verhandlungskompetenzen und die Entstehung des österreichischen Rechts, so wie wir es heute kennen. Das passiert zum Beispiel in klassischen Vorlesungen in unseren Hörsälen. Manche Inhalte werden aber auch im Rahmen von Seminaren oder Übungen behandelt. Dort sind die Gruppen viel kleiner und es kann individueller auf die einzelnen Studierenden eingegangen werden. Um das juristische Studium an der Uni Innsbruck beginnen zu können, benötigst du die Matura oder einen äquivalenten Abschluss. Details dazu findest du auf unserer Website.